13 Mann gegen eine gewaltige Übermacht. Sie kämpfen, sie schießen, sie sterben. Aber sie kapitulieren nicht. Eine Handvoll Männer gegen eine feindliche Armee. Sie riskieren ihre Haut, um Tausende zu retten. Horst Frank in einer neuen Glanzrolle als Hauptmann dieses verlorenen Haufens. Valerie Giangotti, ein Mädchen zwischen den Fronten. Sie sind doch der Offizier, der die Verstärkung versprochen hat. Bitte, so reden Sie doch etwas. Herr Andy Hauptmann Brock, ich habe versucht, mein Wort zu halten. Ich habe auf dem ganzen Weg hierher keine intakte Truppe mehr getroffen. Dann soll mir der General seinen Stab schicken. Die Herren werden immer noch intakt sein. Hey! Hey! Verpflegung fassen! Bruno Jäger, glauben Sie, die Franzosen tun uns was? Aber wir vielleicht den Franzosen. Alarm! Feuer frei! Nein, hören Sie nicht! Die Stöße! Hier sind's! Die Mühle wird von einem starken preußischen Detachement gehalten. Sie haben Artillerie. Ihre Meldung hätte erlauten sollen, sie wurde gehalten. Schauen Sie es die, dass die Franzosen uns so sehen. Wieso? Dann laden sie sich tot. Wenn der Feind hier durchbricht, ist nicht nur die Schlacht verloren, sondern der gesamte Feldzug. Hier ist sowieso nichts mehr zu retten. Warum sollen ausgerechnet wir unsere Knochen hinhalten? Ein mitreißendes Abenteuer aus der Zeit, als Napoleon Deutschland eroberte. Komisch, dass die Herren Dichter immer nur den Helden tot besingen. Vom Helden leben? Da redet niemand. Preußens Gloria. Leck mich. Sie wissen doch genau, was Ihnen bevorsteht. Ihnen und Ihren Leuten. Ein Film-Explosiv wie Dynamit. Entdeckung! Ich hab's ja gesagt. Kurs vom Scheißhaus in die Hosen. Ich will hier nicht kapieren. Ich will raus hier. Ich mach sie fertig. Diese Hunde, lass mich los! Hart, realistisch und spannend wie Django. Ich kann nicht mehr. Ich hab keine Kraft mehr. Ein Film um die Bewährungsprobe einer Kameradschaft im Kugelregen.